Schieß meine lieben Leute, da ist gerade ein Auto vorbeigefahren. Jo. Wir gehen gerade nur auf die Straße, muss ich sagen. Ganz chillig. Ein Trottchen und so einen kleinen Block machen. Mit Musik halt drauf. Und ja, über alles hier im YouTube widerreden. Was mich einfach verspottet. Wir haben 15 Aufrufe bekommen, aber dafür hat keiner mehr Neid gegeben. Und ich möge euch mal fragen, wieso leichter ich nicht. Wenn ihr euch schon das anschaut, gebt wenigstens Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Ich bliebe euch noch nicht. Wir sind hier bei einem alten Spielplatz. Ja. Wir gehen jetzt weiter an. Auf jeden Fall wird es nicht so schlecht. Jo. Jetzt ist es ganz cool, Leute. Ich wollte euch nur mal fragen, wieso No Likes? Und jetzt auch Bewertungen manchmal. Aber das kommt uns alle Tage vor. Ich gehe jetzt einfach nach unten rum. Und jetzt wird es nicht auf jeden Fall interessiert. Und jetzt ist die nächste Anzeige. Bewertungen. Ich mag, wenn dann Bewertungen haben wir in meinen Videos. Ich weiß schon, wie mein Video ist los. Genau. Und der Musik ja ultra cool manchmal. Ja. Leute. Wenn ihr ganz ehrlich seid. Gibt einfach einen Daumen nach unten. Wenn euch das Video nicht gefällt. Ja. Es werden morgen bestimmt noch welche Videos geben. Und da hoffe ich mal, dass die Schrift sind. Okay. Ciao. So. Lass mal einen Like. Dann kann ich auch noch einen Schlitten machen. Ja. So. Und jetzt werde ich das Video auch hier beenden. Ich hoffe euch hat es gebraucht. Und bitte tauchen wir auch mal rumlassen. Müssen wir einfach mal anschauen. Und ja. Wenn ihr mehr sehen wollt. Gebt einen Daumen nach unten. Ciao.